Hallo zusammen, willkommen bei FunnyFooding, den schnellsten Kochkanal der Welt. Von Road2Go in 3 bis 6 Minuten. Heute mit... Lasst es uns tun! Gut, die Bratwurst ist vorbereitet. Bratwurst in rund... Na und? Paprika würfeln. Wir kochen heute in ein Standy, die Paprika mischen hinein, Bratwurstbällchen hinein und hier drauf 1,5 bis 2 Esslöffel Reiber. Den U-Turn Steady Wonder in offener Position durchgezogen. Das Ganze jetzt für 4 Minuten in unsere schnelle Welle. Let's go! So, wir nützen diese 4 Minuten, um unsere finale Soße vorzubereiten, die da besteht. Ebenfalls wieder 1 Esslöffel Eiwein, Tomaten, Olio Peperocini, das Ganze verrührt, abgeschmeckt mit einer guten Krise Salz, Pepe, noch auch Pfeffer. So sieht unsere Masse 1 aus. Den wir vorsichtig abziehen und uns mal ein Bällchen raus. Ich hoffe, man sieht's gut. Das ist in diesen 4 Minuten schon gegart. Und jetzt kommt's ja nochmal für 2 Minuten in der Soße in die Welle. Jetzt schon ein Genuss. Soße nochmal drüber. Hör mal. Steady Wonder in offener Position. Das U-Steady durchgezogen. 2 Minuten in die Welle. Vorsichtig abgezogen. Entlüften. Da sag ich nur, wer hier nicht selber kocht, ist selber schuld. Und von Road2Go in 6 Minuten mit diesem wunderschönen Gericht. Hey Leute, lasst es euch schmecken. Wenn's euch gefällt, Daumen nach oben. Funnyfood im YouTube-Kanal abonnieren. Nächstes Mal dabei sein, wenn es heißt. Von Road2Go in 3 bis 6 Minuten. Steady Wonder and Friends. Für immer. Full taste. No waste. Und man sieht sich morgen. Ciao zusammen. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.